Moodle Lernraum – Einen Gruppenarbeitsbereich einrichten Für das Beispiel habe ich schon mal zwei Gruppen angelegt, die ich in einer Gruppierung gekapselt habe. Gruppierungen sind immer dann sinnvoll, wenn man mit mehreren Gruppenarbeitsphasen und wechselnden Gruppenzusammensetzungen arbeitet oder wenn Gruppenabgaben geplant sind. Über Thema Hinzufügen richte ich einen Gruppenarbeitsbereich ein. Hier füge ich einige Aktivitäten hinzu, mit denen die Gruppen dann später arbeiten können. Wenn ich einfach eine Information zur Verfügung stellen möchte, die beide Gruppen sehen dürfen, füge ich sie zum Beispiel als Textseite ein und muss keine weiteren Einstellungen vornehmen. Habe ich aber zum Beispiel getrennte Arbeitsanleitungen, für jede Gruppe eine andere, arbeite ich mit Voraussetzungen. Ich ziehe die Dateien per Track & Drop in den Kurs hinein, positioniere sie an die richtige Stelle und füge jeweils eine Voraussetzung hinzu. In diesem Fall lautet die Voraussetzung Gruppe und dort wähle ich dann die für das Dokument passende Gruppe aus. Außerdem streiche ich das Auge durch, so gehe ich sicher, dass nur die jeweilige Gruppe die für sie bestimmte Arbeitsanleitung sieht. Bei nicht durchgestrichenem Auge würden Mitglieder der anderen Gruppe das Material ausgekraut sehen mit einem Hinweis zur eingeschränkten Verfügbarkeit, könnten es aber nicht öffnen. So aber sieht meine Studentin dann tatsächlich nur die Anleitung, die für ihre Gruppe bestimmt ist. Das führt auch zu einer aufgeräumteren Ansicht. Unter die Arbeitsanleitung kommt ein Forum, welches ich in den Modus getrennte Gruppensätze. Getrennte Gruppen bedeutet, dass die Gruppen nur die für die eigene Gruppe gedachte Aktivität sehen. Meine Studentin sieht dann das Forum nur für die eigene Gruppe. Das wird auch in einem Hinweis deutlich. Ich als Dozentin kann jedoch in alle Foren springen. Hierfür gibt es ein Dropdown-Menü. Häufig ist es auch sinnvoll, eine Aktivität Etherpad hinzuzufügen. Das ist ein kollaborativer Texteditor, in dem man gemeinsam und synchron schreiben kann. Zum Beispiel kann man hier Ideen notieren, Protokolle aufzeichnen oder Textentwürfe verfassen. Auch hier stelle ich den Gruppenmodus ein. Diesmal wähle ich aber sichtbare Gruppen aus. Das hat zur Folge, dass man die Etherpads der anderen Gruppe über ein Dropdown-Menü sehen kann, aber nicht editieren kann. Nur das Etherpad der eigenen Gruppe kann man editieren. Möchte ich am Ende ermöglichen, dass die Gruppen Arbeitsergebnisse hochladen, kann ich das mit der Aktivität Aufgabe abbilden. Einen Gruppenmodus benötige ich hier nicht, denn alle Gruppen sollen die Aufgabe sehen können und etwas hochladen dürfen. Allerdings stelle ich unter den Einstellungen für Gruppeneinreichungen ein, dass TeilnehmerInnen in Gruppen abgeben dürfen. Damit ermögliche ich, dass eine Person stellvertretend für die ganze Gruppe die Abgabe tätigt und alle anderen Gruppenmitglieder das auch sehen können. Ist unter Abgabeeinstellungen die Funktion Abgabetaste muss gedrückt werden aktiviert, kann unter Gruppeneinreichungen zusätzlich aktiviert werden, dass alle Gruppenmitglieder die Abgabe individuell bestätigen müssen, ehe sie als tatsächlich abgegeben markiert wird. Zum Schluss noch ein Hinweis, man kann auch für einen ganzen Kurs den Gruppenmodus aktivieren und dann einzelne Aktivitäten davon ausnehmen. Das würde man in den Einstellungen zum Kurs vornehmen. Meist jedoch ist es sinnvoller, für einzelne Aktivitäten den Gruppenmodus zu setzen und den gesamten Kurs im Modus keine Gruppen zu belassen.